Ach joo, ach joo, hier ist Capacity. Hallo, hallo. Der Ultimate Zombie Pimpers. Sollen wir lang? Hier links? Oder hier rechts? Direkt durch? Ach, einfach kein rein. Rein! Fire in the hole. Aber oben, rückachten, ne? Yo, guter Hinweis. Dann stellen wir von Semi auf Automatik. Hm, ich sehe jetzt nichts. Oh, Maffe. Brücke sind halt immer viele Camper und halt Sniper. Zumindest vor dem Vibe, jetzt sind ja nicht mehr die Sniper so unbedingt häufig zu finden. Jetzt gucken wir hier mal rein. Oh, hier liegt, glaube ich, eh nix. Guck, guck. So, ist auch nix. Die blauen Jungs, das sind alles meine Leute. Ist auch nix. So, hocken wir uns mal hier hin. Ah jo, die Double Barrel Schaftgang gibt es ja doch. Ja, die habe ich auch schon im Momentar. Sieht aber schon extrem scheiße aus, oder? Ja, sie sieht richtig scheiße aus. Also wirklich. Die Camper sind doch nix, oder? Ja, ich habe sie noch nicht getestet, also. Keine Ahnung, ich habe sie ja jetzt einstecken mit zwei Schuss. Ich gucke gleich mal. Renn mal vor, da vorne ist ein Zombie. Ach nee, du bist ja noch nicht bei uns. Ja, ich bin, äh... Ja, mein Pfeil verdeckt gerade den Namen. Ich bin bei Chico's Hideaway. Halloa. Entschuldigung. Ja, moin. Da ist er wieder, der Schwubbel. Ja, sorry, ich habe gerade so meine Freundin töten. Hält'n dir high, als wenn deine Freundin wichtiger wäre wie wir, also wirklich. Ja, ja. Mensch, also echt. Ich glaube, es muss noch Prioritäten sein, ey. Ich glaub's ja nicht, jetzt geht's Relay-Shift vor. Zombie, fängt mit dir. Zombie, pass auf. Wow, ich wurde gehittet. Was geht'n hier? Hört sich aber so an, wenn die genau nebenbei stehen. Wo seid ihr denn unterwegs gerade? Jetzt sind wir in Campus. Mittendrin. Statt nur dabei. Wir wollen bei Chico's Hideaway irgendwo. Darunter zum Campus zu kommen. Wow, ey. Der Sternenhimmel. 42 Leute. 43. So, ich guck mal rechts runter. Jo, links ist alles clear. Zwei Zombies auf der Straße. Ne, ein Zombie, ein Hydrant. Dieser Hydrant. Behalte ihn mit dem Auge. Ne, hier rechts ist auch alles okay. Zombies steht da hinten, wenn du ranzubst, ist am Buschelweg. Aber die schlechten Stellen kommen jetzt erst. Ja. So, Jungs, wenn ihr jetzt dann im Campus seid, dann geh' ich mir noch ohne Battlefield zocken. Ich hab' keinen Bock, schon wieder von dem Hecker getötet zu werden. Das hat mir jetzt dreimal gereicht. Also, ich glaube was. Was willst du denn zocken? Zombie von rechts. Geht's mal runter. Überrasche dich, indem ich in dieser Channel gehe, indem ich das zocken. Achtung. Also, ich finde schon noch viel Spaß, ja? Ja, vielleicht komme ich nachher noch dazu. Okay. Bis nachher. Ja, vielleicht ich auch. Bis nachher. Ciao. Ja, ich werde mich mal anschließen, weil bis ich bei euch bin, es dauert so lange, bis ich da runtergelaufen bin. Jo. Hm. Ist noch so eine kleine Play-Action mehr schön. Ja, bei 30 Leuten kann das, also 40 Leuten kann das nicht so schwer sein, oder? Ja. Aber ich schätze mal, da wird wieder der Überraschungsmoment kommen. Ja, genau. Ey, es ist ein Wahnsinn, wie viele Schritte wir hier machen. Meine ist in der Nähe, wer ein Spieler ist, hier. Wenn der Sound, also Wii U, kommt. Ja, toll. Man muss aber dann sehr nahe sein. Jetzt wieder. Okay. Aber erstens, was ist der Sound, wenn einer den Server joint? Ja. Wir holen wir da oben auf das Dach. Also, liebe Leute. Was bedeuten die Sounds jetzt wirklich was? Ja, ja, die bedeuten was. Wenn du in die Stadt reinkommst, gehörst du auch ein Geräusch. Aber jetzt, sind das nicht nur einfach Gerüchte? Ja, ich hab auch gehört. Ich weiß nicht, oder? Ach, da ist ein Zombie hinterm Auto. Haben sie sich, glaube ich, noch nie richtig zugeäußert? Nee, geäußert haben sie sich nicht dazu. Oh, hier liegt was? Was liegt denn hier? Chocolate Bar. Ja. Ein vollen. Mission erfüllt. Der Suche nach dem Heiligen Chocolate Bar. Ich geh mal hier in den zweiten Stock. Ey, ist im Wahnsinn, was wir Lärm machen. Wow. Hammer, oder? Hier liegt auch noch ein bisschen was. Chocolate Bar. Ja, ich werde mich mal hier auch im Erdgeschoss. Keiner Fan. Bewacht mal hier ein bisschen die Eingänge auch. Nee, ja, außer, außer schlechtes Loot, ist er nicht. Da hinten redet einer. Wo, wo, wo? Auf dem letzten Haus. Ist gerade runtergelaufen. Hab ich doch gesagt. Im letzten Haus. Was heißt das bei euch? Auf dem Dach. Auf dem Dach. Ganz hinten. Okay. Was sag ich? Ja, ist gerade runtergelaufen. Genau. Wie viele sind da? Zwei, ne? Einer. Einen gesehen. Beim PvP-Haus. Ja, hat gerade wieder geguckt. In Richtung PvP-Haus. Aber noch auf dem Dach. Hier auf den Dächern, wo wir auch drauf sind, ne? Nee, der ist runtergelaufen. Auf die Treppe drauf. Ey, sehe ich halt die Eingänge. Der ist rechts unten, rechts unten. Ja, auf der Straße hier. Ja, endlich. Ihr habt ihn getroffen, aber ich glaube, der ist noch nicht down, oder? Nee, der rennt noch. Der ist hinter dem Bulli. Ja, genau. Der ist hinter dem mittleren Bulli vor dem LKW. Genau. Wie ist ein Zombie? Weg, los, geh vor deine Brotten. Ist jemand, ist jemand unten jetzt? Ja, der schießt. Der ist jetzt links am Bulli vorgekommen. Wie ist er sich an der Stiege versteckt? Kann jemand da weiter, geh mal weiter da, du links auf dem Dach. Geh mal weiter nach vorne, dass du ihn von hinten an dann... Gib mir Rückendeckung. Ja, genau. Da, jetzt müsstest du ihn eigentlich sehen. Da, kommt er. Wow, wow, wow. Nicht getroffen. Ja, du bist tot. Ja, du bist tot. Ja, du bist tot. Sehr schön. Sehr gut gemacht, Jungs. Der Zombie kommt auch. Da ist Loot gespawrt. Nein, das ist ein Starnak-Mack. Das hat jemand fallen gelassen. Ich guck mal. Mit... Äh... Was? Lea? Lootschuss. Genau. Seid ihr jetzt unten da bei ihm? Ja. Voll ein komischer Sound. Ey, also was für ein Sound war das jetzt? Ja, kenn ich auch nicht, ist neu. Ach, du, du, du. Könnte ich auch nicht. Du, du, du. Seid noch ein bisschen wachsam, wenn uns irgendjemand hier gesehen hat. Ich höre einen Sound. Oh, der gehört. Ja, genau. Ey, Ex, passt jetzt schön auf hier. Oh, da latscht einer. Doch, wo... Ich richtig zu bars, Lewin! Ich bin hier oben auf dem Dach. Achso. Ich bin aber hier rein gegangen. Ja, ich auch. Ich kann hier, ownbot. Ich kann teur' irgendwas? Is das nicht der gleiche von ihm? Ja, es ist der gleiche von ihm? Ja, das ist der gleiche von ihm. Nöö... Ja, da bin ich auch firmen. Verfolgt er auch der Wi-The-Vie-Vie. Ja, er verfolgt ihn uns hier eben. Ja, der verfolgt... Verfolgt er uns hier bitte. Ja, der verfolgt er uns der 4. Ja, der bleibt hier an seiner Stelle jetzt und wurde auch. disconnect da wird schon geschossen geschossen ist da bei einer im haus ich komme ich bin mich jetzt am bewegen am tag den oben sehe ich das ist einer von uns ja ich soll jetzt sein komm rein oder balance ja rechts von uns wieder in der nähe vom lkw und auch ich bin auch noch auf dem dach es geht scheint aber nicht ganz so nah zu sein weil er hier ist noch zombies ja die rennen dann nicht hin da vorne müssen irgendwelche spieler sein weil wir hören ja jetzt gerade das ist das hier geschossen wird okay bin hinter dir hinten ist keiner kommt man hier eigentlich noch irgendwie anders runter oder müssen wir wieder zurück du kannst springen wenn du eine kiste reichst reihe okay du kannst doch so sprengen wer ist da unten wieder hoch werden da das bin ich wer ist das da oben da bin ich ich bin ich ach du hast du okay johannmann kann gut wo ist das jetzt hin liegt noch da aber in der tschüss wenn die tschüss wir haben es geschafft alles klar disconnect okay runter kommt man auf den zaun springen einfach auch schon wieder den sound von vorhin als die zwei player bei uns waren also der eine ja okay woher soll das spiel denn wissen dass es ein feindlich gesinnter ist weil wir haben ja auch ein dabei immer klar angeblich soll es sich das merken wenn eine gruppe zusammen ist oder ein klären also eine gruppe die länger zusammen ist ich sehe eine taschenlampe wo warte mal ich stehe hier oben auf dem dach und hinten rechts ja ok ich sehe dich im roten haus ne ne genau genau gegenüber da wo wir eigentlich hergekommen sind zombie hier oben wie kommt hier ein zombie wie kommt hier ein zombie sehr schön pass jetzt hier mal auf die tür auf ich stelle mich hier auf die krise ja direkt da wo wir hergekommen sind pass du auf die hintere tür auf ja ok boah die rennen jetzt hier hoch ey ja die zombies die mit ihrem navigationssystem hier immer ne kotzt mich an ey im rechtskorb kam ja noch da kam einer da war einer vorbeigelacht was er ist halt vorbeigehuscht hier am fenster pvp haus rechts pvp haus ok also rechts davon hat geschossen wer läuft hier oben wir sind hier oben auf den lächern hinten draußen beim haus hex glaube ich kann das sein weil geschossen wurde hinter dem rechts von dem pvp aus im gras also sobald jemand hier reinkommt ist tot ja hört auf euch hier drin zu bewegen mal kurz ja auch du lady mit dem vierten gast wer ist das ich gebe ein stück nach vorne so bin wieder angehalten ja aber da war jetzt melds auto repair brauchen wir nicht mehr wer hat hier einen beim fenster gesehen wo denn wer war das jetzt im pvp haus ich rannte vorne vom fenster lang aber vom zaun bei uns ja ganz kurz hab ich den gesehen ja da ist einer bei melds auto repair drin der kommt jetzt raus gleich jetzt kommt er raus da sind mehrere drin ja sind ja drei leute sind das eine habe ich getroffen melds auto repair genau gegenüber von den häusern hier ja ist es bei uns genau gegenüber von uns richtung pvp haus richtung pvp haus ist das mit der garage mit dem auto da drin ja ihr seht doch wo die wo die pfeile sind die pfeile die am nördlichsten also am nächsten zum pvp haus sind da sind die ah ok ok dann alter alter schwede ey das ist ein wahnsinn hier ja kommt mal ey unterstütze mich mal ich hab nur noch sechs kugeln ach du bist am ballern ja wir sind am ballern wir ballern die gerade jetzt kommt mal her passt auf die tür noch mal auf ey ach er hat mich gekriegt ich hab mehrmals auf ihn rauf gezogen wo wart ihr denn immer alle ja da kommt jetzt der ist jetzt an dem an dem auto du könntest ihn jetzt äh erschießen der geht jetzt raus warte der ist noch nicht draußen jetzt geht er raus am lkw ist er genau ach scheiße der ist jetzt an dem haus bei uns da wo wir den anderen eben erschossen haben an dem bulli ist er jetzt genau da ist er jetzt ich seh es leider nicht mehr so gut ich seh noch keinen hier ihr seht doch mich als pfeil ganz vorn oder nicht ganz unten beim pvp haus kann das sein nein 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 da wo wir eben geballert haben den einen dann beim bulli gerollt haben sie ist hier bei uns ja auf der straße ist keiner ja der äh geht jetzt denk ich mal ah scheiße das ist neben uns vor der tür vor der tür vor der tür ich kann die vor der tür genau ich hab ihn er ist tot weg der hat ein mtv forest wenn ihr die haben wollt sichert mal mein loot hier was da liegt ja ich muss hier mal das scope runter machen ich seh sonst nichts okay ist da noch einer äh warte nicht sicher also da ist jetzt keiner mehr wo er war links hinten ist keiner ich versuche mal hier das loot einzusacken rechts ist auch keiner ich frag mich nur warum er mich so gut erschießen konnte wahrscheinlich hat er mir ein heady gegeben ja mit der pistole ich hab den echt mehrmals getroffen also da in diesem in diesem garagenhaus waren auf jeden fall vorhin drei leute oder zwei ich meine ich ja ein ich ich ja ich bin ich 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 tun ich ich ich